Das ist das neue Trimoin Probier- und Geschenkset. So kommt der Karton bei euch an. Dann könnt ihr das hier aufreißen und dann einmal auseinanderziehen. Wenn den Karton aufmacht, habt ihr hier zuerst unser Kaffeerezept. Darin findet ihr 32 leckere Kaffeerezepte für Klassiker wie Cappuccino, Americano, Espresso, Eislatte, ausgefallene Kreationen, aber auch Desserts oder sogar Cocktails mit Kaffee. Dann haben wir hier unsere vier beliebtesten Sorten in der Probiergröße. So könnt ihr euch durch alle Sorten durchprobieren und euren persönlichen Favoriten finden. Aus einer Flasche bekommt ihr dabei bis zu 15 Kaffees, das heißt 60 Kaffees aus dem ganzen Set oder sogar 90 Kaffees aus dem großen Probier- und Geschenkset. Und das Ganze ist natürlich auch perfekt als Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten geeignet. Also nur für kurze Zeit gibt es das Set mit 33% Rabatt. Also klickt jetzt auf den Link unter dem Video und sichert ihr das Set nur, solange der Vorrat reicht. Das Ganze ist derart, so gerne in die Aufmerksamkeit. Das Ganze ist derart, so gerne in die Emilie. Nein, ich habe ihn nicht in die Hälfte! Ich habe ihn nicht in die Hälfte! Untertitelung des ZDF, 2020